Das ist die Adidas Tiro 17 Regenjacke. Und mit der Adidas Tiro 17 Regenjacke gibt es eine Regenjacke, die für den Sport oder die Teambekleidung verwenden werden kann. Das heißt, ihr könnt die Tiro 17 Trainingsjacke sowohl im Training tragen, wie auch natürlich in der Zeit vor dem Sport. Dafür hat die Adidas Tiro 17 Trainingsjacke ein Material aus wasserabweisendem und komplett windabweisendem Material und sorgt dafür einen guten Schutz zu haben, gerade was bei den Witterungsverhältnissen im Herbst und Winter angeht. Im oberen Bereich kommt dabei ein hoher Kragen zum Einsatz, der einen zusätzlichen Witterungsschutz bietet. Und eine Kapuze im hinteren Bereich rundet die Features ab. Die Adidas Tiro 17 Regenjacke verfügt über eine Kapuze, die fest integriert ist und die nicht einzeln abgetrennt werden kann oder auch nicht im Kragen verstaut werden kann. Seitliche Taschen im Bereich der Seiten sind mit einem Reißverschluss ausgestattet und im inneren Bereich verfügt die Adidas Tiro 17 Regenjacke über ein Mesh-Material, das einen zusätzlichen Komfort bietet. Die Adidas Tiro 17 Regenjacke für euch, euer Team oder euer Training.